Die Qualität des Mikrofons ist eigentlich in Ordnung. Die Verarbeitung ist nach meiner Meinung nach gut bis sehr gut. Alles sitzt sehr schön perfekt und wenn man die Schrauben und alles dann zumacht und zudreht, dann ist es auch sehr, sehr stabil. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass es ungefähr von 20-30 cm, wenn ich rede, ist die Tonqualität super. Sobald ich aber halbe Meter mich davor entferne, dann wird es schon ziemlich leise, da muss man dann wirklich schreien. Also man kann nicht normal oder leise reden wie bei meinem Konferenzmikrofon. Da habe ich ein Konferenzmikrofon und der tut schon auch von 2 Metern die Stimmen erkennen, sehr, sehr gut, ohne Probleme. Und da muss ich wirklich sagen, da ist mein Konferenzmikrofon viel besser und der kostet sogar 5 Euro weniger. Und bei diesem Mikrofon muss man auch Obacht geben, dass man ganz genau das so hin macht, dass das auf der Seite ist. Weil wenn man von der Seite jetzt redet, dann kommt ungefähr nur 50-40% der Stimmen rein. Ansonsten muss man entweder von vorne oder von hinten reinreden. Da kommt dann 100%iger Ton rein. Also wie gesagt, wenn man von der Seite redet, dann ist es viel weniger. Ich bin eigentlich zufrieden, aber für 5 Sterne reicht es nicht aus. Man muss schon also ungefähr von 20-30 cm reden, wenn man leise redet und normal redet. Wenn man ein bisschen schreit, dann kann man schon halbe Meter sich entfernen. Aber in der Nacht zum Beispiel 11 Uhr, 12 Uhr in einer Wohnung, wenn jemand da schreiend redet, das ist natürlich auch nicht gut. Von mir diesmal leider nur 4 Sterne.